Liebe Gäste und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße euch alle herzlich heute in unserem Belal-Verein, unserer kleinen Moschee hier in Heilbronn und ich freue mich sehr, dass wir die Initiative ergriffen haben, heute in die Moschee zu kommen, am Tag der Offenen Moschee, am Tag der Deutschen Einheit und möchte heute, insha'Allah, einen kurzen Vortrag halten über den Islam und werde wohl ca. eine halbe Stunde dauern, bis dreiviertel Stunden. Zunächst einmal schauen wir uns inhaltlich an. Wir möchten über den Islam allgemein sprechen, was ein Muslim eigentlich, woran er glaubt. Dann darüber sprechen, dass der Islam sehr wohl vereinbar ist mit dem gesunden Menschenverstand. Dann, dass der Islam eine Religion ist, die einfach umsetzbar ist. Keine komplizierte Religion, die schwierig zu verstehen wäre, dann, dass der, wie wir stehen zum Christentum und auch zur Bibel und was im Islam Referenz ist. Das heißt, wir werden ein bisschen über den Koran sprechen und über unseren Propheten Mohammed, Gottes Segen und Heil auf ihm. Dann werden wir darüber sprechen, dass der Islam keine neue Religion ist, sondern in Wirklichkeit es den Islam schon immer gegeben hat. Da wir uns hier in Deutschland befinden, müssen wir auch über Jesus Christus, Frege sei mit ihm sprechen und ob wir Muslime an ihn glauben und welche Stellung er in unsere Religion einnimmt. Dann werde ich kurz über den Islam und sein Verhältnis zur Wissenschaft sprechen. Und als letztes, auch ein sehr wichtiges Thema, wo man sich über den Islam eigentlich informiert. Der Muslim, sein Glaube ist ganz einfach zusammengefasst in diesem einen Satz, auf Arabisch La ilaha illallah, auf Deutsch, es gibt keinen Gott außer Allah. Der Name Allah ist der Name, der Eigenname des einen wahren Gottes. Und Allah ist aber nicht der Name Gottes nur im Islam, sondern Allah ist der Name Gottes schon immer gewesen. Das heißt also auch die Christen, die Arabisch sprechen, auch die Juden, die Arabisch sprechen, alle verwenden den Namen Allah für den einen wahren Gott. Das heißt, wenn wir heutzutage den Koran aufschlagen oder auch wenn wir die Bibel der Christen aufschlagen, in arabischer Sprache finden wir, dort finden wir den Namen Allah geschrieben. Im Deutschen heißt es dann der Herr, im Arabischen stattdessen heißt es eben Allah. Und einen Namen, wisst ihr, den kann man nicht übersetzen. Ein Name ist ein Name. Also eine Person, die schwarz heißt mit Nachnamen, seinen Namen kann ich nicht im Englischen übersetzen mit black. Das geht nicht. Sein Name bleibt schwarz. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala, seine Namen sind seine Namen. Und Allah ist der Name des einen wahren Gottes. Und auch wenn wir nachschauen, finden wir, dass auch Jesus Christus, friedlich sein mit ihm, auch den Namen Allah verwendet hat. Weil das ist auch der Name Gottes in der Sprache, in seiner eigenen Sprache. Seine Sprache war damals die aramäische Sprache, ein Dialekt des Altsyrischen. Und dort hat man auch den Namen Allah verwendet. Und wie das auch die arabischen Christen und Juden bis an den heutigen Tag machen. Der Islam spricht den Menschenverstand an. Damit will ich sagen, dass der Islam eine Religion ist, die logisch nachvollziehbar ist. Und nicht etwas vermittelt und etwas lehrt, was der Mensch erst verstehen kann, wenn er drei Doktortitel hat und Professor ist. Sondern der Islam ist eine Religion, die sowohl der Gelehrte als auch der einfache Mensch verstehen kann. Und dass Gott mit dem Menschen spricht und in seinen Verstand, an seinen Verstand appelliert, sieht man an zahlreichen Versen des Koran. Eines dieser Verse ist der folgende aus der zweiten Sure des Koran, in dem Allah, Gottes Segen, in dem Allah gepriesen sei, er gesagt hat, O ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf das ihr Gottesfürchtig werden möget. Das heißt, Gott sagt uns in diesem ersten Satz, dass wir unserem Herrn dienen sollen. Warum? Weil er derjenige ist, der uns gemacht hat. Und derjenige ist, der uns geformt hat. Und derjenige ist, der uns versorgt. Warum sollten wir dann jemandem anderen dienen, mit anderes dienen, außer demjenigen, der uns alles gegeben hat, was wir haben. Um das zu verdeutlichen, sagt er weiterhin, der euch die Erde zu einem Ruhebett gemacht hat, heißt das. Die Erde, wie wir wissen, dreht sich um die eigene Achse und dreht sich gleichzeitig noch um die Sonne. Und diese ganzen Bewegungen kriegen wir nicht mit. Das heißt, trotzdem, wenn man abends in sein Bett schlafen geht, hat man das Gefühl, dass alles ruhig ist und sich nichts bewegt. Obwohl sich dennoch alles bewegt in Wirklichkeit. Insofern ist es eine Wohltat Allahs, für die wir ihm danken. Der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. Wenn also Gott derjenige ist, der uns all diese Wohltaten erweist, warum sollten wir dann jemandem anderes dafür danken? Und deswegen sagte Allah, so stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite, wo er es doch besser ist. Hier sehen wir also deutlich, wie Gott den Verstand des Menschen anspricht und ihn dazu auffordert, darüber nachzudenken, wer ihm diese Wohltaten alle erwiesen hat. Und daraus soll er Schluss folgern, dass er Allah, dem Allmächtigen Gott, alleine dienen sollte. Gott, liebe Geschwister und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist unvergleichbar. Und er ist jenseits unserer Vorstellungskraft. Egal, was du dir unter Gott vorstellst, es wird nicht der Wirklichkeit entsprechen. Deswegen, wie kennen wir dann, wie lernen wir dann Gott überhaupt kennen? Wir lernen Gott kennen in erster Linie durch seine Worte. Wir lernen Gott kennen durch das, was er uns mitteilt über sich selbst, über seine Namen, über seine Eigenschaften und auch über sein Handeln. Was Gott in diesem Vers uns mitteilt, weist auf seine Allmacht hin, weist darauf hin, dass er der Versorger ist, weist auf seine Barmherzigkeit hin, weist auf seine Allwissenheit hin und vieles mehr. Auch in einem anderen Vers lesen wir, wie Gott an den Verstand appelliert, indem er sagt, in der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Nacht und Tag, in den Schiffen, die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt, darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt. Und im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Leute, die begreifen, das arabische Wort dafür ist, das Wort Aql heißt Verstand. Das heißt, hier in diesem Zeichen, die Gott erwähnt hat, sind Hinweise auf Gottes Existenz und auf Gottes Wirken für Menschen, die ihren Verstand verwenden. Und Gott hat den Menschen geehrt, gegenüber allen anderen Geschöpfen, dass er ihm einen Verstand gegeben hat, den es gilt natürlich zu verwenden. Und dann sagt Gott, im darauf folgenden Vers, und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere seinesgleichen annehmen. Das heißt, obwohl Gott diese Dinge alle gemacht hat, gibt es immer noch Menschen, die andere auf seine Stufe stellen und ihm dienen, so wie sie eigentlich nur Allah alleine dienen sollte. Und sie lieben sie, das heißt ihre falschen Götter, genauso wie sie Allah lieben. Und das darf natürlich nicht sein. Und deswegen sagte Gott, und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Aber die Gläubigen, das heißt die wahrlich Gläubigen, die wirklich gläubigen Menschen an Allah, sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Allah ist für uns, wie wir aus diesem Vers herauslesen können, er ist unser Schöpfer, er ist unser Versorger, er ist derjenige, der alles in diesem Universum leitet, sei es die Erde, die ihre feste Umlaufbahn hat oder der Regen, der vom Himmel herabgesandt wird und vieles mehr. Und nichts in diesem Universum gerät bei Allah außer Kontrolle, sondern er hat alles im Griff und er leitet alles und er sieht alles und es gibt niemanden, der sich vor ihm verstecken könnte und es gibt nichts, das geschieht ohne seinem Wissen. Nicht mal ein Blatt fällt vom Baum herunter, ohne dass er Allah ist dabei ist. Der Islam ist eine einfach zu verstehende Religion. Ich erzähle euch eine ganz einfache Begebenheit, eine Geschichte, die für uns Muslime Relevanz hat und wichtig ist und authentisch ist. Und zwar berichtet ein Freund des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, der arabische Ausdruck, sallallahu alaihi wa sallam, bedeutet ungefähr, Gottes Segen und Heil sei auf ihm. Und das sagen wir immer, wenn wir den Namen eines Propheten Gottes oder eines Gesandten erwähnen, aus Respekt ihnen allen gegenüber. Als, also ein Freund des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sein Name ist Talha ibn Uwajdillah, er berichtet, dass einmal ein Beduine zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, kam. Und dieser Beduine kam aus der Gegend von Al-Najd. Al-Najd ist eine Gegend im heutigen Saudi-Arab. Er hat sich dann zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, begeben und hat etwas gesprochen, etwas genuschelt. Offensichtlich war er ein einfacher Mensch und offensichtlich hat er auch keinen Dialekt gesprochen, den man nicht so immer direkt verstehen konnte. Wie dem auch sei, wenn man ihm näher kam, wusste man, dass er den Propheten befragt über den Islam. Und dann fragte er den Propheten Gottes Segen und Heil auf ihn über den Islam. Und der Gesandte antwortete auf jede Frage. Und die erste Frage lautete, wie viele Gebete muss ich denn als Muslim verrichten? Daraufhin sagte der Gesandte Allahs Gottes Segen und Heil auf ihn, fünf Gebete pro Tag. Dann sagte er, muss ich noch andere Gebete verrichten außer diesen fünf? Dann sagte er, nein. Es sei denn, du machst es freiwillig. Danach sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er teilte ihm mit, dass er auch im Monat Ramadan, das ist der neunte Monat im islamischen Kalender, also vor ungefähr einem Monat haben wir hier gefastet. Dann fragte er ihn über das Fasten. Dann sagte der Prophet, Gottes Segen und Heil auf ihn, du musst im Monat Ramadan fasten, einen Monat lang. Dann sagte der Beduine zu ihm, muss ich noch mehr machen, als einen Monat Fasten im Ramadan? Sagt er, nein. Es sei denn, du machst es freiwillig. Dann fragte er ihn weiter über den Islam, und der Gesandte lehrte ihm, dass er Almosen zu verrichten hat. Auf arabische Sakah. Dann sagte der Beduine, muss ich noch mehr spenden, noch mehr Almosen geben, als diese Sakah? Dann sagte er, nein. Es sei denn, du machst es freiwillig. Daraufhin wandte sich der Beduine vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ab. Gemeint ist, er war fertig mit den Fragen. Er wandte sich von ihm ab, und während er sich abwandte, sagte er, ich schwöre bei Allah, ich werde weder mehr, noch weniger das tun, als du mir gesagt hast. Ich werde weder mehr, noch weniger tun. Gemeint ist, als diese Sachen, die der Prophet ihm mitgeteilt hat. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs, wird es Segen und Heil auf ihm, wenn er die Wahrheit spricht, dann wird er erfolgreich sein. Wenn er die Wahrheit spricht, wird er erfolgreich sein, bedeutet, wenn er die Wahrheit spricht und das umsetzt, was ich ihm hier gelehrt habe, dann wird er zweifellos ins Paradies eingehen. Und hier sehen wir, dass der Islam eine einfache Religion ist, die von einem Menschen Dinge verlangt, die leicht nachvollziehbar und umsetzbar sind. Und es erblickt, jetzt nur noch dem Menschen diese Botschaft anzunehmen, damit er erfolgreich ist und ins Paradies eingeht. Ist der Koran für die Muslime das, was auch für die Christen die Bibel ist? Weil man stellt manchmal das eine dem anderen gegenüber. Die Antwort ist Jein, nicht ganz. Warum? Weil, wenn wir im Christentum oder im Bibentum schauen, da haben wir bestimmte Schriften als Referenz. Bei Christen haben wir die gesamte Bibel. Natürlich gibt es da Meinungsverschiedenheiten unter den Protestanten und unter den Katholiken bei ziemlich genau sieben Büchern der Bibel. Aber unabhängig davon, man hat dieses Werk, diese Sammlung an Büchern und das ist Referenz für die Christen. Im Islam gibt es auch den Koran, das Wort Gottes. Allerdings ist das nicht die einzige Referenz, sondern wir haben auf der einen Seite das Wort Gottes, der Koran und auf der anderen Seite haben wir die Worte unseres Propheten Mohammed, Gottes Segen und Heil auf ihm und das nennt man die Sunnah oder die Hadithe, die Aussprüche des Propheten Gottes Segen und Heil auf ihm. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man sich über den Islam informiert, kann man sehr wohl den Koran natürlich lesen, aber man soll immer im Hinterkopf behalten, dass der Islam ist nicht nur der Koran, sondern der Islam ist der Koran und das, was unser Prophet Mohammed, Gottes Segen und Heil auf ihm den Menschen mitgeteilt hat. Und das ist sehr entscheidend, weil es gibt Verse des Koran, die eindeutig sind und es gibt Verse des Koran, die zweideutig sind oder mehrdeutig sind und wir glauben eben als Muslime, dass Mohammed, Gottes Segen und Heil auf ihm derjenige ist, der uns zu erklären hat oder der uns erklärt hat, was wir genau zu verstehen haben, wenn die Verse mehrdeutig sind. Die Sache geht eigentlich noch ein bisschen weiter, aber ich möchte das nicht zu lange ausführen, sondern was für uns aber auch noch entscheidend ist, ist nicht nur der Koran und die Sunna unseres Propheten Mohammed, Gottes Segen und Heil auf ihm, sondern auch natürlich wie diejenigen Menschen, die mit ihm gelebt haben, seine engen Freunde, was sie verstanden haben, wenn der Prophet Gottes Segen, Heil auf ihm, etwas gesagt, getan oder gebilligt hat. Wir lesen dazu im Koran sinngemäß und wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt. Die Ermahnung ist der Koran. Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was ihnen offenbart worden ist. Also ist die Aufgabe unseres Propheten, Gottes Segen, Heil auf ihm, uns den Koran zu erläutern, indem er eben es entweder erklärt oder noch besser, indem er es vorlebt. Denn für uns war unser Prophet wie ein lebendiger, herumlaufender Koran, weil er eben den Koran auf beste Art und Weise umgesetzt hat. Insofern, also muss man natürlich aufpassen, wenn man jetzt einfach den Koran aufschlägt und irgendwas liest, man kann auch manchmal was falsch verstehen. Oder zumindest verstehst du etwas so, wie die Muslime es nicht verstehen, dann ist es sowieso irrelevant. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich bei Muslimen informiert und das haben sie ja jetzt heute auf beste Art und Weise gemacht, indem sie in die Moschee gehen und Muslime fragen oder muslimische Gelehrte fragen oder Imame fragen, die einem dann vertrauenswürdige Antworten geben können. Der Islam ist keine neue Religion und das mag den einen oder anderen verwundern und überraschen, wieso wir sagen, dass der Islam schon immer da gewesen war. Islam an sich bedeutet sinngemäß oder eine der Bedeutungen des Wortes Islam ist ja die Gottergebenheit. Das heißt, wie willst du denn am besten beschreiben die Religion von Abraham? Abraham war da, bevor es das Judentum gab. Abraham war da, bevor es das Christentum gab. Wie will man seine Religion beschreiben? Er hat gebetet, er hat gefastet, er hat die Pilgerfahrt gemacht, er hat das gemacht, was Gott von ihm verlangt hat, bedingungslos, was Gott ihm sagt, hat er einfach umgesetzt. Die beste Art und Weise, wie man diese Religion beschreiben kann, ist, indem man sagt, er war ein gottergebender Mensch. Was Gott ihm auferlegt hat, hat er gemacht. Und diese Gottergebenheit, das ist das, was man Islam nennt. Und die Tatsache, dass er gottergeben war und das gemacht hat, was Gott von ihm verlangt hat, so eine Person nennt man einen Muslim, sprachlich gesehen. Ein Muslim ist jemand, der nach Gottes Gesetz, Gott ist gefällig, lebt. Also es gibt viele Muslimen, die sind eigentlich keine richtigen Muslimen, kann man sagen, oder? Weil sie leben eigentlich gar nicht nach dem Islam. Also wenn einer sagt, ich bin Muslim, aber ich mach nichts, jedes Mal, wenn Gott ihm sagt, mach was, er sagt, nee. Er sagt zwar nicht mündlich, aber er macht es einfach nicht. Seine Taten sprechen dafür, dass er eigentlich Nein sagt. Das ist eigentlich kein richtiger Muslim, weil Muslim heißt Gott ergeben. Im Islam finden wir viele Geschichten wieder, die es auch vorher gegeben hat. Also wenn wir zum Beispiel die Bibel aufschlagen, finden wir die Geschichte von Adam und Eva und im Koran finden wir die Geschichte von Adam und Eva. In der Bibel finden wir, wie auch im Koran, die Geschichte von Abraham. Wir finden die Geschichte von Moses. Wir finden einige Parallelitäten zur Geschichte von Jesus und vieles andere. Warum? Und von Josef auch. Und warum? Warum? Weil die, weil alles in Wirklichkeit von Gott kommt. Und weil alles in Wirklichkeit von Gott kommt. Also manche Leute sagen, wenn es im Islam Geschichten gibt, die es in der Bibel auch gab, wie zum Beispiel die Geschichte von Moses, dann sagen manche Leute, also böse Zungen sagen das, die sagen, ja das kann ja sein, dass der Prophet Mohammed das kopiert und abgeschrieben hat. Die sagen, nein das stimmt nicht, sondern in Wirklichkeit ist es so, dass beide die gleiche Offenbarung bekommen haben. Ganz einfach. Sowohl Jesus hat Offenbarung bekommen über Moses und Mohammed ebenfalls. Und warum sollte sich dann die Geschichte unterscheiden? Warum sollte die Geschichte sich dann unterscheiden? Wenn die Geschichte sich dann unterscheidet, und das ist manchmal auch der Fall, dann ist es eher ein Grund dafür, dass sich die Geschichten im Laufe der Zeit verändert haben. Aber in Wirklichkeit ist derjenige, Gott, der zu Jesus gesprochen hat und zu Moses gesprochen hat, der gleiche Gott, der auch zu Mohammed gesprochen hat. Dass der Islam keine neue Religion ist, lesen wir im folgenden Vers, er, also Gott, hat euch von der Religion festgelegt, was er Noah anbefalt hat, dasselbe, und was wir dir, Mohammed, eingegeben haben, und was wir Abraham, Moses und Jesus anbefalt haben. Was? Haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht darin in Gruppen. Die Vorschriften welche? Je nachdem. Das, was zur Zeit von Moses gegolten hat, muss ja nicht unbedingt für uns noch gelten. Gott macht, was er will. Das, was zur Zeit von Jesus gegolten hat, muss ja nicht heutzutage noch gelten. Also Gott macht, was er will. Glaubensfragen sind natürlich gleich geblieben. Klar, der Glaube an einen Gott, der Glaube an die Engel, der Glaube an den jüngsten Tag und so weiter und so fort, das bleibt ja alles gleich. Aber einige Vorschriften kann sein, die ändern sich. Aber prinzipiell ist es die gleiche Religion bei Allah gewesen, der Islam, dass man sich Gott fügt und unterwirft und ergibt. Der gesamte Gottes Frieden und Segen heil auf ihm sagte selbst in einem Ausspruch, mein Gleichnis und das der Propheten vor mir, also ich möchte jetzt hier erklären, dass der Prophet Mohammed kein neuer Prophet war, sondern das, was er den Leuten überbracht hat, dasselbe ist, was die Menschen vorgebracht haben. Mein Gleichnis und das der Propheten vor mir, Jesus, Moses, Abraham, Ismail, wie sie alle heißen, ist das eines Mannes, der ein Haus fertig gebaut und schön gemacht hat. Nur ein Baustein fehlte. Die Menschen traten dann dort ein und sagten sich, wäre doch noch dieser eine Baustein gesetzt worden. Und der Prophet will uns damit sagen, ich bin derjenige Baustein, der gefehlt hat. Und jetzt ist das Gebäude vollkommen. Und jetzt brauchen wir keine neuen Bausteine mehr. Und deswegen wird es auch nach dem Propheten Mohammed, Gottes Segen, Heil auf ihm, keinen neuen Propheten mehr geben. Und hat es auch niemals einen neuen gegeben, außer Lügnern. Menschen, die es behauptet, haben es gegeben. Aber wahre Propheten hat es nach dem Propheten Mohammed, Gottes Segen, Heil auf ihm, seit über 1400 Jahren nicht mehr gegeben. An dieser Kette wollte ich demonstrieren, dass wir an alle diese Propheten glauben und sie wie eine Kette von Gesandten bilden. Der eine kam nach dem anderen. Adam war der erste Mensch und auch der erste Prophet. Ein Prophet ist jemand, der mit Gott, mit dem Gott kommuniziert. Wir kommunizieren immer mit Gott, wir alle. Aber derjenige, der von Gott angesprochen wird, das ist ein Prophet im islamischen Sinne. Noah, Abraham, Ismail, Ismail, Jakob, Moses, David, Salomo, Zacharias, Johannes, Jesus und Mohammed bildet Gottes Segen, Heil auf ihn allen. Mohammed, Gottes Segen, Heil auf ihn, bildet lediglich den letzten aller Gesandten. Deswegen passt es jetzt an dieser Stelle, dass wir über den vorletzten Gesandten ein paar Worte verlieren. Der vorletzte Gesandte ist Jesus Christus. Gottes Segen, Heil auf ihn. Christus oder Messias ist beides das Gleiche. Auf Arabisch Al-Messiah. Wir glauben an Jesus Christus und wir glauben auch, dass der Glaube an Jesus ein Bestandteil der Religion ist. Deswegen, der Islam ist die einzige nicht-christliche Religion, die es zu einem Glaubenspfeiler macht, zu einem Bestandteil der Religion macht, an Jesus Christus zu glauben. Kein Muslim ist ein Muslim, wenn er nicht an Jesus Christus glaubt. Und deswegen fällt es auch vielen Christen so einfach, den Islam anzunehmen. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum der Islam die Religion ist, die sich in Deutschland und auch in anderen Ländern am meisten, am schnellsten ausbreitet, weil der Christ in Wirklichkeit, sein Glaube geht ja nicht verloren, wie mir selbst ein Christ einmal mitgeteilt hat. Er hat den Islam angenommen, das war für ihn einfach, weil er hat an alle Propheten geglaubt und an die Bücher Gottes geglaubt, an die Gesetze Gottes geglaubt. Und als er den Islam angenommen hat, musste er nur noch an einen neuen Propheten dazu glauben, das war es. Nur noch an Mohammed zusätzlich. Und das ist ja keine schwere Sache. Dazu lesen wir auch einen Vers im Proan, wo Gott folgendes sagt, und zwar geht es um den Tag der Auferstehung. Gott spricht im Proan über eine Begebenheit, die sich am Tag der Auferstehung abspielen wird. Warum? Weil das Problem in Bezug auf Jesus Christus war, auf dieser Welt und ist immer noch, dass seine Botschaft falsch verstanden worden ist. seine Botschaft wurde von vielen Menschen falsch verstanden. Ich demonstriere ein ganz einfaches Beispiel. Dann kommen wir gleich zu dem Vers. Als Moses, ich denke, viele von euch kennen die Geschichte, als Moses mit seinen Gefährten vom Pharao geflohen ist und er vor dem Meer war und er Angst hatte, dass die Scharen vom Pharao ihn einholen und sie natürlich töten. Was hat Moses dann gemacht? Was hat er gemacht? Irgendjemand was ist. Ja, aber wie hat er das gemacht? Okay, aber was hat Gott ihm gesagt? Was soll er machen so? Was hat Gott ihm gesagt? Ja? Richtig, richtig. Gott hat ihm gesagt, dein Stock, schlag einmal auf das Meer und das hat er gemacht und dann gab es, dann hat sich das Wasser gespalten, das Meer gespalten und dann konnte er auf dem Grundboden des Meeres laufen. Sehr gut. Ist es Gott, der das gemacht hat oder Moses, der das gemacht hat? Gott war das. Weil Moses, der hat ja Angst gehabt und wie die anderen auch. Außer, dass Moses natürlich, also vielleicht den Begriff Angst gehabt haben, ist vielleicht ein falscher Begriff, weil Moses selbst, er hat gesagt, macht euch keine Sorgen, mein Herr ist mit mir. Und Gott hat ihm dann gesagt, schlag einfach mit dem Stock auf das Meer. Das war's. Das heißt, Moses selbst konnte gar nichts machen, weil wenn du den Stock jetzt heutzutage nimmst und schlägst damit auf das Meer, tausendmal, wird sich das Meer niemals spalten. Eine andere Begebenheit. als Jesus Gottes Segen heil auf ihn zu dem Toten gesagt hat, Lazarus heißt es in der Bibel, als er zu ihm gesagt hat, komm raus aus deinem Grab. Der war tot. Und er ist dann rausgegangen und auferstanden. Die Geschichte ist in der Bibel vorhanden. Und auch im Koran lesen wir, dass Jesus die Toten zum Leben erweckte. Was hat Jesus gemacht? Auferweckt. Hat er das? Ist er hingegangen, hat ihn geweckt? Er sagt, steh auf. Was hat er gemacht? Ich habe es ja gerade gesagt, was er gemacht hat. Er hat ihn nur angesprochen. Er hat nur gesagt, er hat ihn gerufen. Komm raus. Mehr nicht. Wenn du das heutzutage machst, kannst du machen auf dem Friedhof. Jahrelang kein Mensch wird dir Antwort geben. Warum? Weil nicht Jesus das war, sondern Gott. Das Problem ist allerdings, das manche Menschen im Laufe der Zeit gesagt haben, Jesus war es. Das ist alles. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Islam und dem Christentum. Wenn die Christen daran glauben, dass Jesus ein Mensch war und ein Gottesgesandter war und einer der edelsten Propheten war und ihm einfach nur die Eigenschaften der Göttlichkeit absprechen, dann sind wir und die Muslime eigentlich eins. das ist der entscheidende Unterschied eigentlich zwischen dem Islam und dem Christentum, der wesentliche. Zusammengefasst, also lesen wir erstmal diesen Vers, wenn Allah sagt, O Jesus, Sohn der Maria, gedenke meiner Gunst an dir und an deiner Mutter, als ich dich mit dem Heiligen Geist stärkte, sodass du in der Wiege zu den Menschen sprachst und in meines Alter. Und als ich dich die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehrte und als du aus Lehm mit meiner Erlaubnis etwas erschufst, was so aussah wie die Gestalt eines Vogels und ihr dann einhauchtest und sie dann ein wirklicher Vogel wurde mit meiner Erlaubnis und als du den Blindgeborenen und den Weißgefleckten mit meiner Erlaubnis heiltest und Tote mit meiner Erlaubnis aus den Gräbern herauskommen ließest. Ihr seht, dass Gott mehr als einmal betont, dass das Ganze mit seiner Erlaubnis geschah und nicht durch Jesus eigenes Wirken. Unseren Glauben an Jesus können wir Gottes Segen Heil auf ihm zusammenfassen. Er war ein Menschensohn und ein Mensch. Er hatte keinen Vater, sondern er hatte nur eine Mutter. Auch an dieses Wunder glauben wir im Islam. Er besaß keinerlei Göttlichkeit. Deswegen macht es keinen Sinn, Jesus anzubeten und anzuflehen. Warum? Weil Jesus selbst hat zu Gott gebetet. Jesus selbst hat sich niedergekniet. Jesus selbst hat sich auf sein Gesicht niedergeworfen und gebetet. All das lesen wir sogar in der Bibel. Er war ein rechtschaffender Diener Gottes. Er war nicht nur irgendein Diener Gottes, er war ein Prophet. Er war ein Gesandter Gottes. Aber zu wem? Zu den Kindern Israels. Und nicht zu allen Menschen. Kann auch gar nicht sein, wie hättest machen können. Dann, er war einer der gewaltigsten Propheten und er war der vorletzte Gesandter Gottes. Er war der vorletzte Prophet. Gott. Jetzt Es gibt kein Widerspruch zwischen Wissenschaft und Islam. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Der Islam war Grund dafür, dass die Wissenschaft vorangeschritten ist. Und der Islam fördert auch die Wissenschaft. Warum? Weil wenn ihr euch vorstellt, wie Wissenschaft das Leben des Menschen einfach gemacht hat, dann wird einem das bewusst. Denn derjenige, der die Lampen erfunden hat, hat es den Menschen sehr einfach gemacht. Derjenige Mensch, der Maschinen herstellt, macht es den Menschen einfach. Und so weiter und so fort. All dies sind gute Taten aus der Sicht des Islam, für die der Mensch auf Belohnung hoffen darf, wenn er das für Gott gemacht hat. Der Islam allerdings gibt Richtlinien vor. Das heißt, der Islam sagt nicht mach was du willst, sondern der Islam sagt mach was du willst, solange es sinnvoll ist. Deswegen Wissenschaft nicht um jeden Preis. Also zum Beispiel heutzutage wird oder damals gab es doch dieses Wettstreiten zwischen den Russen und den Amerikanern, wer als erstes auf den Mond kommt. Das ist ein Wettstreiten das für die Menschen sehr unrentabel ist und die Gelder die für so etwas investiert werden oder wurden hätte man besser investieren können zum Wohle der Menschheit. Der Islam unterstützt dann auch nicht so etwas wie Sterbehilfe oder sowas wie Abtreibung. nur weil das die Wissenschaft heutzutage mit ihren Methoden besser hinkriegt oder überhaupt hinkriegt heißt es nicht dass es gut ist nicht jeder Fortschritt ist gut. Aber es fördert die Wissenschaft im Gegensatz zu einer bestimmten Phase die es in der Geschichte des Christentums gegeben hat für diejenigen von euch die in der Schule ein Buch gelesen haben von Bertolt Brecht das heißt Galileo Galilei der weiß dann dass es eine im Mittelalter eine Phase gegeben hat in dem es eine große Diskrepanz gab zwischen dem Christentum auf der einen Seite oder dem Papst und seinen Leuten und der Wissenschaft auf der anderen Seite und dass Menschen gefoltert worden sind nur weil sie vom heliozentrischen Weltbild gesprochen haben und das Christentum damals oder die Vertreter des Christentums damals das geozentrische Weltbild gelehrt haben im Islam Gott sei Dank gab es das niemals denn man darf prinzipiell sowieso nur etwas sagen wenn man auch davon gesicherte Kenntnisse hat und das war der Fehler den die Geistlichen damals begangen haben zu guter Letzt möchte ich auf ein sehr wichtiges Thema hinweisen und zwar wohl vermittelt man sich mit dem Islam denn wir erleben gerade in heutiger Zeit dass viele Menschen ein falsches Bild vom Islam haben ein verzerrtes Bild über den Islam haben das hängt nicht nur damit zusammen dass sie dass es Muslime gibt die den Islam nicht richtig vorleben das gibt es auch aber das hängt auch stark damit zusammen wo man sich über den Islam informiert man ist überrascht dass manche Menschen sich oder ihre Meinung bilden durch das Fernsehen dass manche Menschen ihre Meinung bilden dadurch was in Talkshows gesagt wird sei es über den Islam oder sei es über was anderes und das ist natürlich eine traurige Wahrheit die es begilt also aus dem Weg zu räumen da wenn man sich stellt euch mal vor ihr seid in der Schule und ihr habt eine Frage über Mathematik dann geht ihr doch auch nicht zum Deutschlehrer und fragt ihn oder so banal es auch klingen mag aber so ist es leider in der Realität wenn es über Religion geht dann fragt man jeden Hund zum Kunst wenn es aber um Wissenschaft geht Mathematik Physik Astrophysik weiß nicht was dann sucht man am besten den Professor wenn er was gesagt hat dann gilt das nur in der Religion leider wird werden die Experten oft nicht geschätzt und respektiert sondern man fragt irgendjemanden und das darf man natürlich nicht nur weil jemand Islam Experte genannt wird ist er noch kein Experte weil es gibt keine Wissenschaft es gibt keine Studiengang der heißt Islam Expertismus oder weiß nicht was das gibt es nicht es gibt zwar einen Studiengang der heißt Islam Wissenschaft deshalb ist er aber kein theologischer Studiengang jemand der Islam Wissenschaft studiert ist kein muslimischer Theologe überhaupt nicht Theologie ist etwas ganz anderes im Gegenteil in der Islam Wissenschaft werden Dinge gelehrt erstens viele Dinge werden falsch gelehrt und falsch dargestellt und zweitens die Lehrer sind keine Muslime du lernst doch auch nicht Mathematik von einem Deutschlehrer aber leider ist das in der Realität der Fall wo vermitteln sich mit Islam im besten Fall bei muslimischen Gelehrten es gibt theologische Studiengänge warum fragt man dann nicht einfach solche Menschen dann hat man eine richtige Auskunft oder in entsprechenden Büchern und Broschüren damit meine ich Bücher und Broschüren die eben auch von Leuten geschrieben worden sind die sich im Islam wirklich auskennen und Muslime selbst sind natürlich und auch heute in Anspruch genommen haben und was ein sehr wichtiger guter Schritt ist denn man lernt den anderen erst gut kennen indem man miteinander spricht und sich austauscht und nicht indem man übereinander spricht sondern muss sehr wichtig miteinander sprechen ich bin hiermit zum Ende meines Vortrags angelangt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn es jetzt irgendwelche Fragen gibt bin ich sehr wirklich wenn ich die beantworten darf jetzt traut sich erstmal keiner Frage zu stellen und kann sagen ich